Hey Leute, was geht? Ich mache schon seit über einem halben Jahr YouTube und ich muss sagen, es macht mir echt sehr viel Spaß. Natürlich habe ich meinen Freunden und meine Familie davon erzählt und ich muss sagen, sie finden es echt toll. Und vor allem mein Vater. Der schaut echt jedes Video von mir und ist letztens über die YouTube-Trends gestolpert. Und ja, schaut einfach selbst. Fidget Spinner. Hallo YouTube, hier Papa von mir. Ich heute mache ein Video über Fidget Spinner. Dieser Fidget Spinner 5 Euro und diese gute Qualität. Moment. 7 Euro, aber ich handelte rund 4,50 Euro. Sehr gut. Ich probiere es für euch. Moment. 2 Euro, 2 Euro. Papa, wo sind meine Fidget Spinner? Äh, nicht so. Ich glaube, ich habe es schon geschafft. Okay, ich muss los. Tschüss. Tschüss. Bote, äh, Fidget Spinner. Äh, Fidget Spinner. Ah, hallo YouTube nochmal. Hier Papa Mink und ich neue Videoidee. Äh, äh, Bote, äh, Bote, Fidget Spinner. Bote, Fidget Spinner. Fidget Spinner. Ich, ich zeige euch, ich zeige euch sehr gute Technik. Ich habe. Moment. Schwer. Ihr, ihr hier und dann. Ihr, ihr hier und dann. Und ui. Halbe Stunde später. I am the one, don't wait your time. The floor is lava. Ui, ui. Tief, tief. Boden. Lava. Nein, aufpassen. Ja, 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 ja. Ui, hoi, Mink. Boden, Lava. Aufpassen. Hallo, wer dust? Boden, Lava. Ich muss Video machen für YouTube. Ich Millionär. Hey. Mä, getang, ey. Hallo. Boden, Lava. Mä, getang, ey. Sag, ey. Mä, chit, du. Ja, ist okay, ist okay. Warum du mir nicht fannst? YouTube, ich, ich. WhatsApp, äh, Prang. Für vier Click und Fan. Äh, mag du, äh, WhatsApp, äh, Prang. Prang. Ich gehst bei meinem Sohn, okay? Ich, 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 ist hauen. So machen wie ich. Hi, Mini, Tiefi. Ich bin Julian Bam. Na, wie gehst? Bin zu tut Millionär. Wohlen, Kolab werde fam. Papa, was soll das? Wie ich net Papa bin, ja Bam. Ne, ey. Du weißt schon, dass ich deine Nummer gespeichert hab. Nein, nein. Ich bin du Bam. Hab selber Nummer wie Papa. Okay, Papa, ist was? Ich hab echt viel zu tun. Na, ich gehst an ein Lampon in den Hotel. Okay, ich hab echt einen Lampon in den Hotel. Okay, ich hab echt einen Lampon in den Hotel. Oh, ey, 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 ey. Oi, ey! Turn it off. Ow! Musikkali. Musikkali. Ihr machten, so ich sage euch. Ihr zuford Millionär Superstar. Ich liebe euch, ok? 5 Minuten später Warum keine Vietnammusik? 10 Minuten später Musik so schnell oder so langsang Ich kann nicht Ich kann nicht, wie du mag das 10 Minuten später Trời ơi, diet mẹ cái app này Cứt bỏ mẹ này, đừng dùng cái này nữa Ok, ich nöi musically ihr dann sound of meine App ok, tschüss Halbe Stunde später Trends hin oder her, manche sind gut und manche sind schlecht Oder was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare Ich möchte demnächst ein cooles Video mit euch machen Also wenn ihr Fragen oder Anregungen habt Schreibt mir einfach unter Twitter, Instagram, Facebook Unter dem Hashtag Und ja, dann seid ihr für das nächste Video verantwortlich Danke nochmal an die Creative Forge Falls ihr nicht zu verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal